... wieder mit Holz durchziehen, überziehen, so ist mein Baustil halt, das sieht für mich, also ich persönlich finde das sieht gut aus so. Oh hell jetzt. Äh ja, gut, muss ich wieder draufrufen. Wenn es stört, mir egal. Vielleicht werde ich da jetzt noch einige Stöcke drauf tun, aber als erstes ist das eigentlich nur ein, ja. Aussenposten, kann man dem so sagen, ja. Eine Outpost. Und die Sonne geht schon wieder unter, geil, ich muss hier ein Bett haben. Ja, aber zuerst muss das Haus fertig sein. Und bei Gelegenheit machen wir gleich Waypoints Adam. Und jetzt machen wir da Outpost. Dann machen wir da mal... Äh, Rot machen wir, dann machen wir Grün. Äh, ja. Vollgrün, ja, das Limonengrün, jetzt haben wir Outpost. So, Tschüss! Ich will zurück nach Hause. Und ich habe gleich den Essensbalken wieder leer. Ich muss wieder Kalorien zu mir nehmen. Das finde ich auch scheisse, dass wir nicht über den Hunger essen können, damit man so feiss wird. Und dann muss man so auf Hege. Das sieht aber stylisch aus, da. Ja. Ja. Aber der Mond ist auf Heisspeed am Aufsteigen. Er kriegt ein Level ab. Nein, ich höre auf mit dem geschmacklosen Witze. So. Autsch. Autsch. Ah! Du scheiss Robin Hood Viech! Ah, die sehen verschieden. Oder sehen die immer so aus? Okay. Ja. Auch mich biesst es im Auge. So. Und dann hier runter auch. Und springen. Und ich muss aufpassen. Höchstens hängt irgendwo die Grippe rum. Da hat es einen geilen Baum. Gib mal Holz. Danke. Ja, seht ihr. Boaahaaah. Aäh. 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 Kassenäuer. Aha ja! So stille Nachtmusik wäre es doch so still. Hinterhalt! Man! Ah, die sehen verschieden aus. Home! Gut, gehen wir wieder rein. Da der Eingang muss ich auch mal... Oh, das Huhn ist ausgewachsen! Hallo, Huhn! Mein Haushuhn. Du bist fertig, schön. Nächster. Gehen wir pennen. Ich hoffe es kommt kein Zombie, ich habe ein Schwert in der Hand. Und ich schütze mich. Ja. Gehen wir hier runter. Die Illuminaten. Ja. Angeblich sollte es die geben. Ich hoffe es gibt es nicht. Habe ich jetzt ein Ei bekommen oder hast du ein Ei gelegt? Es hat ein Ei gelegt. Schabalib von die Huhn. Das lasse ich jetzt, damit es immer mehr Eier legt. Äh, ja. Wo ist es zu essen? Ich muss schnell meinen Kühlschrank legen. Ein bisschen. Ich brauche unbedingt neues zu essen. Himmel Arsch. Da, komm. Und ich habe das Inventar voll. Das finde ich doch mal super. Äh, ja. Legen wir hier irgendwelche Scheisse ab, die wir haben. Ein bisschen Erde kann sicher nicht schaden. Weg. Schön. Ist doch nur mal eins gelegt. Ich hoffe nicht. Schön. So. Ähm. Ich habe Brot. Ich habe Fleisch. Ich habe... Äpfel. Gut. Äpfel. Und ein Steak. So. Hintergesteakt. So. Ja. Zum Morgen K. Gehen wir arbeiten. Ähm. Ja. Der Arbeitstag Simulator. 2012. Ja. Ich kann die auch gerne. Stirb. Schön. Danke. Äpfel. Gut. Jetzt habe ich gerade das 9 mitbekommen. Danke vielmal. Ey. Wie viele Saplings habe ich echt? Ich kann den ganzen Wald abpflanzen. Ja. Definitiv. Ich denke die Steine mögen auch nicht weit. Aber egal. Ich brauche noch mehr Holz. Creeper. Keepa. Ist da irgendwo eine Keeper? Ja. So eine U-Bahn werde ich dann auch müssen legen. Zu dem Außenposten. Damit ich da nicht immer laufen muss. Aber ja. Fürs Erste. Mal meist auf Hardcore Survival. Auf Woday Set. Und so. Gehen wir da rauf. Lalalalalala. Lalalala. 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 Juh. Gut. Ähm. Können wir jetzt gleich so. Äh. Bungee Jumping machen. Bungee. Bungee. Bungee Jumping. Jumping. Das sind auch die geilsten Sachen die hier machen. Ich will gar nicht wissen wie viele Leute daran gestorben sind. So. Gut. Dorthin muss ich noch zudecken. So. Jetzt kann ich nachher die Scheiben rein hängen. Aber ich habe nur noch zwei. Ich glaube. Und ich scheisse jetzt an. Also. Nur wegen null dort runter zu gehen. Und man kann immer. Glas brauchen. zu suchen. Vor allem wenn man nicht weiss wie viel das man noch will. Also. Machen wir hier mal kleine Sandmine würde ich sagen. Hier aus dem Inseli. Das ist noch schade. Aber ja. Outpost. Ist das. Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududdu. Ja. Ich höre auf. No no no. Ist das. Ah. Lehm. Lehm. Können wir noch ein paar Brick stones machen? Ja. Das bräuchte es jetzt also gar nicht. Geh weg, 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 soo. Wenn ihr mal einen Tempel gesehen, schüttet so viel Erde ein, dass es ausgefüllt ist und da heisst kein Wasser mehr drin. So richtig real life weisst, ja. Ey, nimm das eigentlich mal auf. Ja. Und was ich auch noch vor habe, sobald 1.3.1 und alle nebenbei folgenden Backaufhebungen durch sind, werde ich meine Mods zeigen, die ich drauf habe. Dann werde ich zeigen, wie man die installiert. Ja, damit man das einfach mal hat. Und da, äh, Stick. So. Machen wir gleich 2 Schaufeln. So. Man weiss ja nie, danke fürs Eisen. Wir müssen einfach mal wieder in eine Höhle. So eine Scheisse. Ja. Du, 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 du. Soll ich jetzt füllen, bis ich... Ja, ich mache jetzt mal mein ganzes Inventar voll. Mit Sand. Schalalalalala. Und nach meinen Berechnungen und nach meinen Vermutungen sollte ich so lange aufnehmen können, wie ich will. Beziehungsweise bis ich eine Datei habe von 1TB. Weil ich ja, dass so lange es jetzt keine... ...Frame Zusammenbrüche geben soll... ...Holz anlangen. Kennt ihr das? Das heisst, man hofft und vertraut darauf, dass man recht hat. Und bettet dafür, dass nichts gegen dem passiert, weil man es schon ziemlich dämlich darstellt. Ja. Scheisse. Also, ja. Vorwärts. OERWES DCE Risedược weg 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 Ehh... oh meine Fresse Bis ich den Innentar voll hab' aber gemerkt nicht wann er voll hab? Bah echt Was brauche ich nicht? 1-1 kommt der Körbis. Das stelle ich jetzt einfach mal da so. So, gut. Mich hätte es nur gewundert, warum ich nichts aufnehme, was neben mir liegt. Darum, ich schaue jetzt immer wieder, dass ich nicht zu viel habe. 49. Ich könnte jetzt 6 zählen, kackt mich aber irgendwie an. 56, 4 und 4 sind 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, jetzt habe ich sicher mal genug Glas. Jetzt können wir wieder retour ins Home gehen. Was ich jetzt aber auch noch schnell mache, weil ich gerade hier bin und gerade so eine halb kaputte Schaufel habe. Jetzt ziehe ich mal diesen bis ganz runter. So. Und dann muss ich das hier alles noch mit Steinen an. Boah, meine Fresse, wie viele Steine brauche ich echt? Ich brauche Steine meine. Hm. Und ich habe doch eine. Oder, naja. Hey, wie lange das seither ist, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich schäme mich dafür. Echt Leute, sorry. Oh yeah. Ja. Mittelalter Musik sound so. Geil und je. Au. 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 Gut. Hier ist auch ein grosser Baum, man weiss ja nie, wann man Holz brauchen kann. Sehr gut, merci vielmals. Kohle brauche ich? Oh meine Fresse du! Ich glaube das nächste, was wir wollen, ist jetzt hier runter gehen, in eine cave oder so. Wie ist meine Brustplattenzwege? Ja super! Die ist noch ganz gesund! So, fertig Mittelaltergebimmel. Oh nein! Das kommt sogar dasselbe! LOL! Das merke ich, jetzt kann ich gar nicht so auf die Musik achten. Eigentlich! Hm! Ja, da hat es definitiv zu wenig Kohle drin. Gib mal da! Kohle da! Gib mal! Echt jetzt? Lehm raus! Weg! Und der kommt da rein! Hä? Bist du Holzkohle? Ah! Noch ein kleiner Überbleibsel! Gut, dass es ja eh eingedunkelt, werde ich jetzt hier warten. Bis die zwei Holzkohle futsch sind. Was könnte länger gehen? Ich nehme mich raus, mache ja Fackeln draus, Scheiss drauf! Oder ich setze es einfach wieder rein! So! Gut... Ähm... Ja, Redstone haben wir auch genug. Gold... Eisen... Ähm... Diamanten haben wir gar keine. Ja, gut ist anders, aber ja. Müssen wir damit leben. Holzkisten... Echt jetzt? Mann, ich habe es durch. Sorry Leute! Wow! Ich müsste mich aufheigen! Tö-dö... Tö-dö... Ich habe noch Sand! Ah! Und Scheiben! Ah! Ja, gut. Ich bin mich gerade am Schämen. Die Steine kann man gleich mitnehmen. Alles. Alles. Alles mitnehmen. Die Leiter braucht es nicht. Die braucht es auch nicht. Das braucht es auch nicht. Das sowieso nicht. Es ist in dieser Kiste egal. Zu essen muss ich mitnehmen. Dann gehe ich auf... Na 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 na... Hallo Huhn... Das Huhn muss jetzt einen Namen haben. Gertrud! Das Huhn Gertrud! Jäh! Hey Gertrud! Die Eier habe ich noch dabei, ja, ablegen. Eierkisten, das erste Ei. Dann muss ich mal schauen, ob ich ein neues Brot machen kann. Dann muss ich mal ein grösses Feld für das Brot machen, also für den Weizen. Das muss ich hier unten auch im Bauer, also im Outpost. Das muss ich dann auch machen, ein grösseres Weizenfeld.